Wie kann man bei WhatsApp die Funktion Anmachen Sprachnachrichten schneller zu machen? Vielleicht möchten manche Leute in kurzer Zeit lange Stimmen hören und möchten, dass die Geschwindigkeit dieser Stimme oder dieses Tons schneller als normal wiedergegeben wird, sodass die Stimme früher endet. Mit dieser Funktion von WhatsApp können Sie lange Stimmen und lange Stimmen in kürzerer Zeit anhören und Zeit sparen. Rufen Sie dazu die WhatsApp-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Betreten Sie den Chat, in dem Sie schneller sprechen möchten. Ich wähle zum Beispiel dieses Gespräch. Hier können Sie sehen, dass dieses Video gesendet wurde, und wenn Sie auf die Wiedergabeoption klicken, sehen Sie links davon eine Option. Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, indem Sie darauf klicken. Beachten Sie, dass der Modus dem normalen Modus der Tonwiedergabe entspricht. Und es ist eineinhalbmal mehr als im vorherigen Zustand. Und doppelt ist mehr als eineinhalbmal. Und Sie können die Tonwiedergabegeschwindigkeit je nach Bedarf erhöhen oder verringern. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren. Wenn dieses Video nützlich war, liken und abonnieren Sie es bitte. Und Sie können die Tonwiedergabegeschwindigkeit machen.